ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem jetzt play zu was im city 4 und genau wir waren bei letztem hier in unserer hauptstadt weiter anbauen und ich wollte jetzt hier weitere gewerbegebiete hin machen allerdings sehe ich gerade hier dass wir wegen der nachfrage ein bisschen aufpassen müssen deswegen habe ich mich entschlossen jetzt hier vorne weiter zu machen mit den neuen wohngebieten tatsächlich und dann schlage ich mal vor dass wir hier einfach weiter dran ansetzen so so hierhin ich war da schön viele verbindungen haben und ja ich weiß ich war so ein bisschen im flow beim letzten mal und dann machen wir einfach dann direkt weiter es läuft einfach gerade so gut aber jetzt macht er dass das hier wieder nicht komischerweise macht er das denn jetzt hier wieder nicht diese monowale ah danke danke jetzt geht es nämlich ja hier ist ein bisschen gebirgig in dem bereich aber nicht weiter schlimm so dann würde ich vorschlagen sind wir hinten eine normale straße hin verbinden die einbahnstraßen damit und da leuchtet gerade unsere kuckucks uhr er ist es immer witzig und das während der aufgabe passiert aber ist okay alles okay und dann können wir das hier eigentlich so machen oder nie wartet man das müssen wir anders machen müssen wir mit einer einbahnstraße genau wissen wir so komisch hier verbinden okay aber gut nicht weiter schlimm so dann machen wir hier jetzt noch einmal genau genau und wir machen dann auf der anderen seite die parks hin so wunderbar passt doch perfekt mensch und dann können wir hier unten weitere einrichtungen hinbau die die brauchen werden dann nicht viel polizei genau krankenhaus auf jeden fall feuerwehr auch große feuerwache krankenhaus eine große grundschule und eine große weiterführung der schule sagt wie gut dass auch hier alles so rein passt einfach an nein 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 aufpassen die feuerwehr machen wir lieber so wegen der monorail aufgepasst nicht zu bauen war sehr schön das sieht doch gut aus so da müssen wir denen jetzt noch eine bus verbindung hier hinten hingeben schade dass man hier kann man den bauen am besten hier noch und hier unten fehlt noch was ne ja mach hier unten so zack und dann verbinden war das doch schön mit einer u-bahn da und hier hast du perfekt aus wirklich sieht so gut aus es macht richtig spaß freude dieses projekt macht mir so viel spaß da einmal so und einmal so verbinden dann einmal noch quer durch das wasser hier rein laufen aber zum glück nicht okay dann können wir vier mal vier können wir loslegen hier vier mal vier vier mal vier habt ihr alle wasserverbindung habt ihr sehr gut okay da geht's schon los religiöser ruf nach neuem dach da ist eine kirche oder so machen wir später da kommen sie nämlich schon und wir brauchen ja wir einwohner bevor wir den nächsten gewerbe park aufbauen brauchen wir viel mehr einwohner aber wir müssen halt auch aufpassen dass wir nicht zu viele einwohner hier hin bauen weil sonst werden die arbeitslos ganz genau und das wollen wir ja auch verhindern guckt euch das an die sollten sich jetzt eigentlich echt nicht beschweren können mit dem schönen trick von dem elite der mir damals sein so ein aufbau gezeigt hat ja finde ich gut was für klötze hier hinkommen leute leute ist das geil ist das geil das ist wirklich geil gerade außer die geschenke die braucht man nicht aber die gehen jetzt wahrscheinlich eh weg wenn wir bäume hin machen bäume 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 so so da macht man die geschenke weg zack und ah das andere ist schon weg okay seht ihr das andere ist schon weg wow das sieht so gut aus der verkehrs mittel mittel okay mittel ja das geht mittel ist super mittel ist gut die gehen hier oben arbeiten okay interessant ja wie gesagt wir haben ja noch genug jobs eigentlich also war der berg auch losgeworden ist doch cool ist doch gut so dann kann man dass sie vielleicht abreißen ja das geht sehr gut da will ich mich hier gerne eine neue brücke hin machen tatsächlich wenn das denn geht und zwar hier so geht das andere ufer ist so komisch hat auch das funktioniert okay annehmen so aber eine neue brücke sehr gut hier oben fehlt mir noch eine irgendwie aber geht halt nicht okay 393.000 einwohner wie sieht es jetzt aus mit dem verhältnis jobs zu einwohner jobs zu einwohner ja wir können gleich wieder ein wohngebiet können wir doch aufmachen und dann können wir wieder gewerbegebiete dazu bauen weil damit die sich nicht hier gegenseitig die jobs klauen bis da dann machen wir das mal folgendermaßen und zwar die sind ja alle mit einer straße verbunden erstmal so genau aber nämlich eine schöne verbindung jetzt dazu können wir hier noch mal eine wohnungsstation machen und dann mache ich jetzt hier noch mal ein ein letztes wohngebiet hier hin so wie machen wir das denn vielleicht eine schickere brücke hin machen geht leider nicht okay egal nicht schlimm so dann einbahnstraßen 1 2 3 4 1 2 3 4 so oh bandagen plus werden neu dazu gebaut oder ja dann ich hab da schon was gesehen was wir abreißen können dafür und zwar das hier auch das kann weg und dann habt ihr jetzt mehr ärzte hier zur verfügung könnt ihr aber aufhören ihr solltet jetzt eigentlich aufhören zu streiten und das soll ich sogar dieses krankenhaus abreißen und jetzt die frage ich weiß jetzt dieses krankenhaus einmal ab und bau es dann wieder neu auf so kann man streich halt auch beenden einfach die arbeitgeber abreißen ja das ist interessant oder fangen sie jetzt wieder an ok hat der umweltwert gefällt mir irgendwie nicht hier hier ist wieder verschmutzung ja lasst uns mal bitte gucken ob hier wieder genug müll ne müll haben wir keinen luftverschmutzung ok wasserverschmutzung nein die verschmutzung hier das heißt wir müssen ja noch mal ein paar bäumchen pflanzen dann machen wir das doch schnell hier habt ihr noch mehr bäume hier so können wir hier unten ja auch oder er geht leider nicht schade ja aber eigentlich moment hier können wir noch ein bisschen was oder wir machen mal die simson büros ja wunderbar die die haben halt viel verschmutzung hier wartet mal vielleicht müssen wir dann auch einfach hier einst ein gebäude abreißen und da ein paar parks hin machen so dann machen wir es einmal so dann hier einmal zack so hier rein genau mehr bäume für euch sollte doch passen jetzt warum kommen hier keine jetzt die verschmutzung hier ist halt krassen medizine schon wieder was so was ist denn hier noch verschmutzung mittel müll gering schon über hoch hoch klinität gerät gestrückt mittel sollte doch eigentlich passen mensch naja gut wird sich wahrscheinlich regeln wenn wir da die jobs hin machen ok dann haben wir jetzt hier unser neues wohngebiet was wir hier schön aufbauen können denn hier die straße geht nicht muss man das einmal so machen ja genau hier könnte man geht auch nicht abbrücken bau ist in diesem spiel ein bisschen komplex ich weiß auch nicht warum aber kriegen wir schon hin das ist immer so zack 234 das war die straße hier unten leider abreißen aber sollte ja nichts machen oder moment ja ich habe es jetzt gerade wieder ein bisschen wobei können doch so machen dann in die mitte grünen flächen ja das ist doch okay so dann machen wir ein bisschen langsamer damit ich nicht aufbauen da könnten wir auch schön eigentlich erst im monorail durchziehen aber kriege ich nicht hiermit verbunden leider das ist schade aber nicht weiter schlimm können wir halt muss alle stellen rein tun eine u-bahn station genau so dann hier oben noch damit sie auch ja nicht weit laufen müssen die leute sie sind ja wirklich extrem wählerisch hier was das angeht zack und zack und hier hinten weiter wow was ja ich wollte euch das an die eine station hier unten ist gar nicht verbunden so ja jetzt ist verbunden ok ja pendler 0 jetzt kommt dann kommen sie aber anmählich denke ich also ist weil langsam ist ok ok dann können wir hier grünflächen rein machen ach verdammt das ist immer blöd hier ok dann einmal zone aufheben bitte so danach ziehen so und dann könnt ihr jetzt denke ich mal gleich aufbauen ja aufbauen so wunderbar bandagen blues schon wieder schon wieder der alle streikt keiner ok da streikt keiner das hier auch verschwurzung aber gering hat seht ihr krimiathik gering verkehrsgeräusch hochkennel verkehrmittel ja wir bauen euch gleich noch schon ein paar jobs wir bauen euch gleich ein paar jobs ist ja ok dann machen wir hier einmal so paar bäume hier hin so schöne grüne lunge im auge behalten das geschenk weg machen und dann haben wir das so und dann können wir ja jetzt hier weiter unsere neuen job distrikt aufbauen das sieht ja richtig krass aus hier so gut dann machen wir mal ein vernünftiges verkehrsnetz und dann gibt es da oben schon machen wir aber das passt ja perfekt hier rein guckt euch das an das passt ja wunderbar an die auffahrt so dann das sieht richtig gut aus jetzt macht richtig spaß freunde so dann hier ja die mediziner ein moment ok dann zack 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 einmal schön verbinden und dann einmal hier durch und einmal hier noch durch dann ist nochmal hier richtig krasses u-bahnnetz haben wir dann jetzt so dann können wir gewerbegebiete vier mal vier vier mal vier vier mal vier hier ihr kriegt jetzt eure jobs hier keine sorge ich weiß dass ihr arbeitslos seid vier mal vier vier mal vier ach nein verdammt dieses komische äh gebiet definierung hier das ist irgendwie das nervt mich ein bisschen hallo jetzt äh da macht das halt so kommen so ok dann plazas bitte kleine plazas da saß so 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 ok dann hier einmal einmal fette mall hier richtig cool fette einkaufsstraße so dann dann könnt ihr eigentlich hier zu ziehen ihr könnt ruhig aufbauen so na gut dann warten wir mal ab das 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 alles kommt was da alles kommt wachstum so dann machen wir ja die wollen scheinbar nicht hier dann helfen wir denen mal ein bisschen aus ja okay da kommen sie sehr gut so dann ist die autobahn ja wahrscheinlich jetzt auch gut in benutzung nehme ich an hier null aber hier sollten die jetzt eigentlich naja lang ist der pendelweg ja jetzt auch nicht bei euch geschenk weg damit okay große verkehrsprobleme auf alle hier oben schon wieder das ist irgendwie immer so ich weiß auch nicht hier oben ist irgendwie so ein verkehrs mal noch gucken wir uns mal die luftverschmutzung an hier ja das ist aber okay also das ist nun wirklich nicht schlimm finde ich also das ist wirklich in ordnung da können sie nicht meckern wasser schon so ist ja auch nicht müll haben wir auch kein gesundheit ja ist da altersdurchschnitt okay ich frage mich halt auf vier verkehrs der verkehr fließt aber relativ gut muss ich sagen außer halt hier durch aber das ist nur ich würde gerne die u-bahn ausblenden geht das straßenverkehr so ja das verkehrsvolumen sieht man halt aber verkehrsstau fast nix also hier oben guckt euch das alles schön grün hier unten ist ein bisschen rot aber ist schon okay also schon okay pendler abends viel stau ist halt das meiste sind wirklich bahn oder so ne ja aber ich finde wie gesagt ich finde das noch in ordnung also ist es nicht so schlimm der verkehr wenn man bedenkt wenn man bedenkt dass im verkehr in sims city 4 wirklich hart zu handeln ist so wie sie es denn jetzt hier mit einem erhöhten autobahn kreuz aus ja schaut euch das mal an das hätten wir vielleicht hierhin machen sollen weil da machen wir das halt hier unten hin ja genau wird auch wenn das riesengroß ist aber es ist halt mittendrin so genau mittendrin und schau mal wir haben schon 400.000 einwohner aber zwischenspeichern bitte und wir sind bei 39 millionen wir haben glauben wir mal die 40 millionen grenze an geld erreicht das läuft echt gut muss man sagen es läuft richtig gut so dann haben wir noch einmal eine ich bin halt jetzt zweigeteilt soll ich die städtische hochschule hier hin bauen mach mal komm mach mal guck mal bitte wie viele leute da 1600 ist okay kommt dann machen wir hier jetzt noch einmal einen sehen zwei kleine plazas und dann daneben noch eine bücherei wobei wir haben jetzt die städtische bücherei brauchen war die dafür noch warum war gar nicht ich habe das an wir brauchen gar nicht mehr diese gebäude zu machen hier ja das ist geil das ist wiederum dann echt gut so was können wir noch bauen wir haben hier ein gebetshaus genau für die gläubigen hat man den dass wir hierhin um gott das aber jetzt geworfen so gott kein kein geschenk kein geschenk danke nein kein geschenk bitte na gut auch leute jetzt hat doch mal auf städtische zu den zu hast du hier rein der passt ziemlich genau hier rein danach kommt macht den hier hin da bietet ja auch arbeitsplätze oder wenn ich mich nicht recht entsinne der bietet ja auch arbeitsplätze arbeiter 0 na gut egal ich hinterfragt das nicht weiter wunderbar kann man hier so schön hinziehen ja was machen wir denn jetzt hier noch ein mensch hier können wir noch weitere gewerbetürme hin machen später oha was haben wir hier für verkehrsrodis in der stadt rum fahren filmstudio börse wir haben eine börse die kann man aber auch eigentlich direkt hier neben machen genau so zack das filmstudio eigentlich auch das filmstudio die ganzen schönen sachen hier das ist ein bisschen groß oder machen wir es an den flughafen da wird geschossen warum wird da geschossen was soll das machen wir das hier hin ah guck mal guck mal machen wir hier hin ha 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 perfekt dann machen wir hier einfach noch ein paar grünflächen hin für die leute hier ja wobei doch ja bus und u-bahn ist da unten ok ja sehr gut das macht spaß was spaß unserer hauptstadt so beim wachsen zuzusehen es ist schön hier die bäume perfekt perfekt freunde so hier wird wahrscheinlich her gefahren oder nicht wirklich ist ok gut dann einmal so damit war jetzt hier der schilder verbindung zu haben fahren die hier schon her nur schade die fahren hier gar nicht so viel her oder über die autobahn wartet man manchmal verkehr volumen straßenverkehr die autobahn ja doch also es kommt halt drauf an ja gut es kommt drauf an wo es ist stimmt schon ok mein gott haben wir schon wieder nur noch viel wasser wie wasser wir haben zu wenig wasser moment tatsächlich wir brauchen wir wieder nachgeschafft handel machen hier ok machen wir hier mal wieder und müll mal wieder schön exportieren ja läuft würde ich vorschlagen so wow was ist das denn ein dreieck dreiecksgebäude cool mag ich triangle building ja mag ich sieht richtig cool aus wow wie groß wird denn das bitte wow was wow ok das ist unterdenkmalschutz aber sowas von wow das sieht geil aus heute triangle ich mag so dreiecksgebäude ich weiß auch nicht warum ja guck euch das mal wie cool das aussieht einfach so dann ja hier diese lücken hier was kann man da noch gut rein machen ich habe einen kleinen stadtwald kommt machen wir alles hier bitte stadtwald zu ja hier noch einmal bus und u-bahn damit die leute auch schön hier hinkommen der rest sind bäume der rest sind einfach bäume so dann gleich noch mal zwischenspeichern weil es fängt irgendwie an zu lägen ein wenig speichern es stößt bloß nicht ab rechner danke danke da können wir hier auch noch mal rein machen ok da bin ich gerade ich stolz drauf dass wir so gut vorankommen ich will nicht im gestohlenen auto flüchten genug geld so ja dann haben wir jetzt unseren stadtwald ok und das ist gerade neu dazugekommen das train gebildet sieht richtig cool aus so wo ist denn eigentlich hier ist unser drachengebäude ja sehr gut ja und der rest funktioniert funktioniert ja super ok dann machen wir hier unten noch einmal bus und u-bahn hin damit die leute auch da zur schule kommen da hier auch noch mal ein paar parks paar bäumchen so ein paar bäumchen so und dann haben wir es auch wieder geschafft für diese folge meine güte es geht echt schnell um die zeit hier geht echt schnell vorbei aber wie sieht es jetzt hier aus ja besser ne ja ja ist ok geht ihr denn da arbeiten ja ihr geht da arbeiten sehr gut ok alles klar gut liebe Freunde da würde ich einfach mal sagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da lasst die Glocke läuten würde ich mich sehr freuen jetzt gerne weiter den Kanal noch einmal kurz bei nacht zeigen und ja wenn ihr Bock habt mal ein bisschen privat zu quatschen oder so ja unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord Server ich freue euch da zu sehen und ja bis hier weiter geht es eben wieder beim nächsten Mal wo sieht das geil aus und ja dann würde ich sagen wünsche ich euch mal schönen Abend oder schönen Tag tschüss tschüss